Eyo, DK, ich schaute deine Runden mit nem Kumpel, bis der meinte, DK hat es drauf. Ich so, hä? Was meinst du? Titten, Hüften, Wangen oder Bauch? Er so, ja, sicherlich das auch, aber ich mein, ich find den fett. Ich so, ja, hab ich verstanden, aber was ist jetzt mit seinem Rap? Und dann hab ich den nach Hause geschickt, denn wer dich feiert, gehört verprügelt und gepeitscht. Und jetzt kommt der Bremer nach Hamburg, doch lassen wir die Gefühlsgeduselei. Ich werd in Hamburg gewinnen, denn ich hab ne Papierkügel dabei. Und wir sehen uns dort am 15. Bis zum nächsten Mal.